Hallo und herzlich willkommen zurück bei Satnautica. Ja und jede Minute, nein in zwei Minuten, kommt die Sunbeam an. Ich bin übrigens zweimal hin und her gefahren, das ist sich ausgegangen. Jetzt habe ich mich nicht noch einmal getraut, muss vielleicht spät kommen. Aber schauen wir mal. Eineinhalb Minuten. Ich weiß, wir brauchen es nicht. Eine Minute. Dann kommt unsere vermeintliche Rettung. Sunbeam dreht um. Wir konnten dieses Ding hier nicht abdrehen. Oh-oh. Sunbeam? Was ist das? So kommt hier. Das war die Sunbeam Na komm, was musst du werfen? Stellt sich wieder zurück. Fahrt wieder ein. Das war die Rettung. Hatte da drinnen noch Ionen-Kristalle gelassen? Äh, Ionen-Würfel. Das war die Rettung. Ab in den Aufzug. Das war die Rettung. Also doch keine Rettung durch die Sunbeam. Und die Tafel von oben habe ich ja schon genommen. Das heißt, hier müsste... Wie war das jetzt eigentlich alles? Oben erreiche ich eh noch nichts. Im Teleporter-Raum kann ich nichts machen. Bitte wieder einmal nach oben. Danke. Jetzt sind wir halber Wandertag durch diese Station. So, da drüben habe ich meine Mutter geparkt. Dann werden wir wohl doch davon ausgehen, dass wir noch eine Weile hier sind. Wo ist denn die dritte, die ich geplant hatte? Manu? Warte. entfernt? Tatsache. Ich hatte doch hier noch einen Aufdruck gegeben. hm. Jetzt hier hätte ich gerne auch noch einer. Jetzt hier hätte ich gerne auch noch einer. So, der ist fertig. Ah, Gold- und Tischkorallenprobe. Okay. Okay. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Titan. Jonenwürfel. 1,23 und die Platten gehen wir auch da rein. Einer davon brauchen wir allerdings. Ne. Einen Jonenwürfel brauchen wir. So. So. Also stimmt, die Sun Bimi ist jetzt nicht mehr da, dass wir in der Lande holen. Oder ist das noch da drinnen? Ne, das hat er rausgelöscht. Wo ist meine Taschenlampe? Auf der 5. Gut. ein Rest. mild dir cohort kommt. 2. 3. 2. 2. 3. 4. Okay, da geht es rein. So, haben wir hier jetzt auch Rohstoffe? Nein, ich darf jetzt nicht laufen, sonst sehe ich ja nichts mehr. Das ist nichts. Da will ich so nicht runter. Okay, da geht es rein. Da wäre der Weg gewesen, den ich gesucht hätte. Die hätten wir schon gesehen, na egal. Ich hatte den nicht vorher kurz gesucht und nicht gefunden. Okay, hier. Okay. Okay. Uh-huh. Oh! Where's on? Okay. Hier ist aber auch nichts. Ah, ne, das war nicht der Weg, den wir vorher gefunden haben. So. Aber ich hatte doch nicht alles abgesammelt. Hm? Okay. 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 Dann holen wir halt mal erst hier raus. So. Anionenwürfel. Bitte schön. Damit haben wir jetzt eine Verbindung. Wo hin geht die Verbindung? Herzlich willkommen auf der anderen Insel. So. Also hier könnten wir schön Insel, Insel reisen. Sollten uns also nochmal Samen fehlen oder was? Hier können wir es besorgen. gut, die haben wir. Abmarsch. Gut, angeht, haben wir also aktiviert. Das war die Ressourcenhöhle. Gut, angeht. Gut. Gut, angeht. Gut, angeht. Gut, angeht. Ja, wir können jetzt nicht mehr. Oh, es kreimt diese Höhle. Ne, da geht es ja noch weiter. Ei, 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 ei. Alter, die Höhle hier ist echt lohnend. Die geht ja noch weiter. Hilfe. Oh. Ich kann mich auf die Idee, die Höhle ganz ausräumen zu wollen. Hm. Mhm. Wow. Ab, da geht es raus, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Was flückt denn da? Zyklop Maschinenfragment. Cool. Ah. Ta. Okay. Okay. Wunderbar. Wir könnten allerdings auch hier bauen. Hm. Hier ist man am Rand. Achso. Wird doch auch was. Oh, mal überlegen. Ich werde jetzt erstmal alles hier rüber bringen und dann können wir uns überlegen, wie, wo, was. Was? Das mache ich jetzt zwischen... Das mache ich jetzt zwischen... Tee, sorry. Zwischen dieser Folge und der nächsten. Jetzt gehen wir einmal entladen. So. Ach, ja. Ja. Also davon kriegen wir echt genug hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Prost. ttt.